Mein Name ist Siegfried Botteck, ich bin einer der Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma BKR Ingenieurbüro GmbH. BKR ist ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Vermessung und Laserscanning. Wir bieten Dienstleistungen an für die Anlagenindustrie, um dort bei Umbauten, bei neuen Planungen zu unterstützen, mit modernen Werkzeugen, mit modernen Methoden. Das ist das 3D-Laserscanning, das ist sehr innovativ, wird schon sehr stark in diesem Prozess eingesetzt, um zur digitalen Anlage zu gelangen. Laserscanning ist bei uns ein Geschäftsbereich, der sich in den letzten zehn Jahren sehr intensiv entwickelt hat. Wir arbeiten mit dem System von Leica, mit dem HDS 6000 bzw. Zoller und Fröhlich und wir verwenden die Software LFM von Z&F. Wir unterstützen die Industrie, indem wir Punktwolken erzeugen, Punktwolkendatenbanken erzeugen oder auch 3D-Modelle. Wir unterstützen die Industrie, die Ergebnisse, die Menschen, die ein Benutton und die Abenteuerung werden können.